Was für was geht, Leute. Hoffentlich hat es euch gefallen, Leute. Das Video jetzt liken, abonnieren, weiterempfehlen, Leute. Dankeschön, dankeschön. Wo ist mein Ghetto-Huren-Sang? Hoffentlich keine Runde, die angefangen hat schon wieder. Ich spiel mal wieder links. Ohjo, beim ersten Team kriegt man schon einen Button oder was? Ohjo, wenn du einen Teammitglied als erstes killst, bist du 30 Minuten gesperrt. Zweite Mal machst du eine Stunde, dritte Mal, zwei Stunden, vierte Mal. Ein ganzer Tag, fünfte Mal, sieben Tage. Eine Woche bist du gesperrt. Ist egal, rang oder locker. Die haben kein Bock mehr auf diesen Scheiß. Uiho. Ich stelle dir vor, ein Team mitgliedert in den Schuss. Seit heute ist eine Abdeck gekommen aufs PC. Auf Play sie wahrscheinlich auch. Das waren so 100, irgendetwas MB. Uiho. Ich stelle dir vor, er läuft euch in den Schuss. Und ihr habt es sich mit Absicht gemacht. 30 Minuten, nochmal passiert das. Auf PC ist es ja sehr. 5 Minuten. Aber... Ihr versteht ja, was ich meine. Das Prinzip ist ja euch klar, hoffe ich jetzt mal. Ich tue mal mit dem Schatten. Das waren... 7 Tage, bekommt ihr 5. Uiho. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Klar. ab sofort werden spieler mit lockerer oder ohne rang als erstes direkt gesperrt und zwar wie in ranket für eine halbe stunde ein verstoß liegt vor wenn ein spieler zweimal durch schwenden feier stirbt und wo wird schon ansonsten jetzt schon habe ich so nein mach doch einfach Ey, Glaze, ooooh Der Einzige, was sieht, ist Glaze und wir alle sollen warten jetzt Der wirft nix rein, ey, das ist doch so Einfach nix sagen würde ich da Was ist das? Das meine ich gerade, das meine ich. Das meine ich, ich habe gerade gesehen, Leute. Wenn hier mal Schuss gelaufen ist, ich glaube, vielleicht wäre ich jetzt geflogen, für eine halbe Stunde. Hier steht, ab Spielern im Locken- und Unrang zum ersten Beschluss direkt gesperrt. Beim ersten Beschluss, das heißt, wenn man erster gewinnt, ich wäre jetzt raus. Und zwar wie in Rankin. Ein Beschluss liegt vor, wenn ein Spieler zweimal durch Fremdenfall steht. Achso, wenn ich jetzt zweimal einen Spieler töte, oder anderen, also zwei Spieler töte von meinem Team, dann kriege ich das Rausschmiss. Oh ja, wäre der in meinen Schuss gelaufen. Ich wusste, dass er in meinen Schuss lag. Ich wusste das. Ich habe es gesehen, ich habe es gespürt sogar. Der ist ganz der, der weiß, ich stehe da. Nur weil es Glaze ist, muss ich ihm nicht Platz geben. Er hat so viel Platz. Es ist Glaze, Digga. Es ist einfach Glaze. Warum soll ich ihm so viel Platz geben, als ich ihn habe? Ich habe ihm so viel Platz gegeben. Nein, nein. Er will mehr und mehr und mehr. Das ist der Uhrensohn. Und der da auch fast zwei Käse. Und dann schreiben die Uhrensohn, Bastards und so alles Mögliche. Obwohl sie in deinen Schuss gelaufen sind und du nicht in ihr Schuss. Du hast sie halt nicht mit Absicht getötet. Versteht ihr, was ich jetzt meine? Du hast sie haltet. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Wow! Der Zettel hat den Biohazard-Kontainer gelegt. Der Zettel ist in der Zettel. Der Zettel ist in der Zettel. Die Zettel sind in der Zettel. Der Zettel ist in der Zettel. Nein! Ey, das ist doch so ein Scheiß-Team, langsam! Wo ist... Hä? Er ist rausgeflogen. Ich war so auf die Drohnen fokussiert. Ey, boah. Ich war so auf die Drohnen fokussiert. Der Zettel ist in der Zettel. Wie jetzt hätte es? Das steht doch, das ist immer noch nicht veröffentlicht. Das ist doch so fisch. Das ist doch so fisch. Vielen Dank. Bei wem lädt das jetzt so lange überhaupt, wenn ich schon fragen darf? Der eine ist ja rausgeflogen oder auf K? Deswegen frage ich hier auch. Das ist einfach dumm beim Ausführen, die wir nicht vielleicht. Das kenne ich auch ab und zu, wenn ich, Dings-Covera oder was weiß ich, wenn ich nehme, da steht keiner, aber jemand hat ihn liegen. Warte, ich bruchte was. In allem. Was hat sie mir jetzt gebracht? In allem. In allem. In allem. In allem. Was ist das? Ich weiß nicht, ich hab noch eine, ich weiß das Oh ja, die muss wohl auch weg, lol, ok Was ist das mal kurz durch? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war mal eine knappe Kiste wieder für mich Wenn es euch gefällt, Leute, empfehlen, liken, abonnieren Ihr wisst, was ich will Wollte das auch Dann macht es auch Leute wenigstens Ihr wollt Videos, ihr kriegt Videos Ich will nur was anderes dafür Das ist eine Leistung, Gegenleistung, hier mal eine Gegenleistung gibt's Du willst was? Aber dafür erwarte ich auch eine Gegenleistung So ist es halt Aber ich will Geld dafür Du bist ein Video von mir Ich will Geld dafür Morgen nochmal alle, ja Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel ich ausgenommen habe Ach, ich schätze mal jetzt wieder drei Ich kann nicht mehr Ich bin vorher Oh, nein Oh, nein Ich bin die märz schaffe und die media bei der 150 kalt wie kann das sein bitte Prozent der Beierer und die Erlangenen und wollte was von Internet an erzählen war dank Okay. Wer war das? Juch, der hier vor mir war. Juch! Ajo on the target. First floor. Der tue ein Leben mehr. Renn doch raus, du Pfaster! Dalle! Was meine ich hier sollte ein Schink? Ich würde ihn jetzt anschießen, aber... Reset me! Ajo! Ajo! Okay. Thank you very much. Ajo, two, one, H... Malo. Okay. Okay. Malo. Ihr seht, was ich meine! Tiga, ich hab' ne 150k-haltung, die leckt. Das soll nicht mehr sein müssen. North East Door. Ich geh mal nachher. Ja, der ist allein, Digga. Das soll er machen liegen. Zwei Leute hinterhin, zwei Leute vorhin. Das soll er machen. Der kann nicht viel machen, halt. Welche Kids hab' ich dafür? Ja, ich bin der erste noch dazu. Alles lasst auf meine Schulter. Nein, Spaß. Aber ihr habt gesehen, ich hab' gute Weltweek-Camps platziert, nur... ...irgendwie nutzt die Matten sehr selten jemand. Und ich nutze sie auch sehr oft. Wenn man schmerzt, ist wirklich ein Vorteil. Du schmeißt eine Drecks-Camp raus. Siehst, aha, da ist jemand... vielleicht auch weniger mehr mehr ich bin Diabetiker Ah, ich habe eine Idee, ich werfe eine Cam raus Ich hoffe nicht zu weit und dass sie nicht kaputt geht jetzt weh ja weh ja weh ja weh ja wir werden sich schätzen wissen wenn nicht selber schätzen wo hab ich denn noch eins platziert Schutzweste, komm doch jetzt komm komm weiter nein nicht zu weit Okay. Nichts ge-brach! Dieser Typ nervt mich! Obf 4 is securing the biohazard container. Protect the biohazard container. Obf 4 is securing the container. Prevent further access to the biohazard container. Biohazard container securing pause. Take out the hostels. Mission failed. All friendlies were eliminated. Obf 4 is securing the biohazard container. Be sure with the power. Like this one, I am not sure. For the defense rate, you need to worry about it. I am in the main hall. I am on the main hall. hoffentlich hat es euch gefallen leute das war's nein ich wollte einfach weg gucken ich habe keines bekommen hoffentlich hat euch gefahren leute das war's